Der erste Schrei eines Babys steht für die Angst, die er es empfindet, wenn es in eine fremde Welt kommt. Dann schmeckt es die warme Milch seiner Mutter, spürt die Liebe und denkt, dass das Leben vielleicht doch nicht so beängstigend ist. Aber was passiert, wenn die Mutter, die eigentlich die Ängste lindern sollte, dir zeigt, wie grausam das Leben sein kann? Kann man auf einen Retter hoffen? In dieser Geschichte geht es um einen kleinen Jungen, der gleich nach der Geburt ausgesetzt wurde. Er wurde von der Krankenschwester, die sich um ihn kümmern sollte, nicht gefüttert. Die ersten Stunden, die er auf dieser Welt verbrachte, waren geprägt von Schmerz und Leid. Die ganze Geschichte beginnt damit, dass Elisa Marie, die Mutter des Babys, direkt nach der Entbindung des Krankenhauses verlässt, ohne dass es jemand bemerkte. Keiner kann sich erklären, wie sie das gemacht hat. Elisa Marie war ein Einzelkind. Ihre Mutter starb, als sie drei Jahre alt war und sie wurde von ihrem Vater und ihren älteren Brüdern aufgezogen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die an der Seite von Jungs aufgewachsen sind, war sie sehr mädchenhaft. Ihr Vater setzte alles daran, dass sie die Abwesenheit ihrer Mutter nicht spürte. Er flocht ihr die Haare und kaufte ihr bunte Kleider, aber er konnte es einfach nicht richtig machen. Alle hielten sie für seltsam, weil sie einen seltsamen Sinn für Stil hatte und ihre Haare hochgesteckt waren. Das führte dazu, dass sie nicht viele Freunde oder Bewunderer hatte. Es half auch nicht, dass sie eine Brille und eine Zahnspange tragen musste. Das Mädchen wurde von ihren Mitschülern meist ignoriert. Während alle anderen dramatische Heiratsanträge und riesige Wallendienstgeschenke bekamen, stand sie im Schatten und sehnte sich danach, anerkannt zu werden. Dann passierte es endlich. In ihrem vorletzten Jahr an der Highschool bekam Elisa Marie einen Verehrer, Ron. Ron war in diesem Jahr neu an die Schule gekommen. Da sie ein kluges Mädchen war, bat der Schulleiter Elisa Marie, ihn herumzuführen und ihm beim Lernen zu helfen. Er sah über ihre Unbeholfenheiten weg und nach einiger Zeit wurden er und Elisa Marie ein Paar. Während der Beziehung fingen sie und ihr Freund an Dinge zu tun, mit denen sie nicht einverstanden war. Sie war nicht naiv, aber sie wollte unbedingt gefallen und das brachte sie in Schwierigkeiten. Ihr Wunsch zu gefallen führte dazu, dass sie schwanger wurde. Ihre Periode blieb aus, aber sie verdrängte diese Gedanken. Aber als sie starke Übelkeit wahrnahm, wusste sie, dass sie einen Test machen musste. Sie besorgte sich einen Schwangerschaftstest und fand heraus, dass sie schwanger war. In dem Laden, in dem sie den Test kaufte, gab der Verkäufer ihr einen Zettel, auf dem Stand, wo sie eine Abtreibung vornehmen lassen konnte. Nachdem sie sich nun vergewissert hatte, dass sie schwanger war, beschloss sie, den stillen Rat der Verkäuferin anzunehmen und das Baby loszuwerden. Sie schlich sich eines Tages aus der Schule und ging zu dem Ort. Es war ein unheimlich aussehender Ort, aber sie hatte ihre Entscheidung getroffen. Sie sah am Eingang zwei weinende Jugendliche, deren Freundin bei dem operativen Eingriff gestorben war. Sofort drehte sie um und machte sich auf den Weg zurück zur Schule. Sie wusste jetzt, dass sie die Abtreibung nicht durchziehen konnte, aber sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Elisa konnte mit niemandem reden, weil sie sich so sehr schämte. Sie beendete sogar die Beziehung zu ihrem Freund, ohne ihm zu sagen, warum. Sie wollte nicht, dass er in die Entscheidungsfindung mit einbezogen wurde. Als sich ihre Schwangerschaft abzeichnete, verließ die Teenagerin das Haus und hinterließ nur eine Notiz auf der stand, sie wollte sich selbst finden. Ihre Familie hatte bemerkt, dass sie nicht sie selbst war, bevor sie weglief, aber sie hatten das Gefühl, dass sie aufgrund von Liebeskummer traurig war. Sie hatten ihr Bestes versucht, sie zu trösten, aber sie sagte ihnen, dass sie sich selbst heilen müsse, also hatten sie sie in Ruhe gelassen. Als sie den Zettel sahen, kontaktierten sie ihren Exfreund, um mehr Details zu erfahren, aber auch er hatte keine Ahnung. Sie taten alles, was sie konnten, um sie zu finden, aber ohne Erfolg. Sie hatten keine Ahnung, dass sie schwanger war. Elisa Marie geriet in Panik, denn ihr Vater und ihre Geschwister hatten sie eindringlich davor gewarnt, schwanger zu werden. Ihre Geschwister waren sehr beschützend und sie wusste nicht, wie weit sie gehen würden, wenn sie es herausfänden. In den Monaten vor der Geburt des Babys machte Elisa eine schreckliche Phase durch. Sie hatte einen Job als Tellerwäscher in einem Restaurant, aber der Lohn reichte kaum, um eine Unterkunft zu bezahlen. Also fing sie an, mehr als einen Job zu machen, um sich über Wasser zu halten. Sie war erst 17 und es gab nur wenig, was sie tun konnte. Elisa Marie wusste damals, dass sie sich selbst nicht um das Baby kümmern konnte, aber sie beschloss, ihre Familie nicht mit einzuziehen, egal wie schlimm es wurde. Sie überlegte sich, wie sie das Baby aus ihrem Leben verbannen konnte. Eines Tages platzte ihre Fruchtblase bei der Arbeit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und nach mehreren grausamen Stunden der Wehen wurde das Baby geboren. Die Krankenschwester nahm das Baby mit, um es zu säubern. Als eine der Schwestern zurückkam, um ihr das Baby zum Stillen zu geben, fanden sie nur einen Zettel. Sein Vorname sollte William Bill sein und sein zweiter Name Carrie stand darauf. Nachdem sie den Zettel gesehen hatte, eilte die Krankenschwester hinaus, um den Leuten zu sagen, was passiert war. In dem ganzen Durcheinander vergaß sie den kleinen Bill zu füttern. Bill wurde ganz allein und ohne Versorgung zurückgelassen. Anna, eine Freiwillige im Krankenhaus, hörte, wie die Krankenschwestern über das ausgesetzte Baby sprachen. Sie hörte, dass er ins Kinderzimmer gebracht worden war und beschloss, einen Blick auf ihn zu werfen. Anna hörte sein Wein, bevor sie es sah. Er war schon ganz außer Atem, weil er so heftig geweint hatte und seine Schreie waren zu kleinen Schluchtsang geworden. Als freiwillige Helferin wusste sie, wo die Notfallbaby-Nahrung aufbewahrt wurde. Sie beeilte sich, ihn zu füttern. Die Krankenschwester, die das Baby hätte füttern sollen, kam kurz darauf herein und stellte fest, dass Bill nicht mehr in dem Bettchen lag. Sie geriet in Panik. Sie dachte, Elisa Marie sei zurückgekommen, um ihr Baby zu holen und rannte hinaus, um nachzusehen. Auf ihrem Weg nach draußen fand sie Anna im Büro der Nähe des Kindeszimmers, die Bill fütterte. So begann Anna, sich um Bill zu kümmern. Anna ging morgens immer sehr früh ins Krankenhaus, um sich um Bill zu kümmern. Sie holte ihn ab, fütterte ihn und passte auf ihn auf. Die Krankenschwestern ließen sie manchmal den ganzen Tag mit dem Baby allein. Eines Tages kam Anna ins Kinderzimmer und stellte fest, dass Bill schwer atmete. Sie war sehr aufgeregt und rief nach den Krankenschwestern. Es wurden mehrere Tests durchgeführt und der Arzt stellte fest, dass das Baby Flüssigkeit in den Atemwegen hatte. Zuvor hatte das Krankenhaus begonnen, nach Möglichkeiten zu suchen, Bill ein Zuhause zu besorgen. Sie hatten sich mit dem Sozialdienst in Verbindung gesetzt, aber wegen Bills gesundheitlichen Zustand behielten sie ihn im Krankenhaus, bis er wieder gesund war. Der Vertreter des Sozialdienstes wurde schließlich gebeten, ihn abzuholen. Anna wusste, dass sie sich auf die Suche nach einem Heim für Bill gemacht hatten und sie wollte nicht, dass er in irgendein Heim gebracht wurde. Sie erzählte einer Freundin beiläufig von Bill, den Umständen seiner Geburt und wie sehr ihr ins Herz gewachsen war. Abschließend sagte sie, dass sie sich wünschte, jemanden zu kennen, der ihn adoptieren könnte. Anna hatte diese Aussage gemacht, ohne zu wissen, dass es genau das war, was ihre Freundin hören wollte. Die Schwester ihrer Freundin hatte mehrere Jahre lang erfolglos versucht, ein Kind zu bekommen. Mehrere künstliche Befruchtungen und Fruchtbarkeitsbehandlungen waren fehlgeschlagen. Sie hatten über eine Adoption eines kleinen Kindes nachgedacht, aber sie zogen es vor, ein Baby zu adoptieren. Das war ihre große Chance. Sofort rief Annas Freundin ihre Schwester an und erzählte ihr von Bill. Die Schwester bekundete ihr Interesse und setzte sich mit dem Krankenhaus in Verbindung. Das Krankenhaus bat sie, sich Bill anzusehen und zu entscheiden, ob sie ihn adoptieren wollte. Nachdem sie Bill gesehen hatte, verliebten sie sich in ihn und beschlossen, ihn zu adaptieren. Anna hatte ihn herausgeputzt und sein Haar gekämmt, um ihn auf ihre Ankunft vorzubereiten. Ihre Freude kannte keine Grenzen, als sie die Nachricht hörte. Auch die Krankenhausleitung war erfreut über die Entwicklung. Sie setzten sich mit dem Sozialdienst in Verbindung und arbeiteten daran, die Papiere für die Adoption vorzubereiten. Alles verlief reibungslos und innerhalb weniger Tage war Bill auf dem Weg in sein neues Zuhause. Anna wurde zu seiner Patin ernannt und es gab sicherlich keine bessere Person für diese Rolle. Der kleine Junge wird sich nicht an die Umstände seiner Geburt erinnern, es sei denn, man erzählt es ihm, aber eines ist sicher. Er hat Glück gehabt. Vielleicht wird er seine leiblichen Eltern nie kennenlernen, aber er hat eine liebevolle Familie bekommen, die er verdient. Seine Geschichte ist der Beweis dafür, dass man mit manchen Menschen nicht verwandt sein muss, um sie Familie nennen zu können. Was denkst du über Willems Geschichte? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit. Wenn du diese Geschichte inspirierend fandest, dann gib dir einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!